1 1 1,5 Bruder versteht die was ich sage On-Contact spielen! Ich weiß nicht ob die das verstehen das Konzept oder ob die einfach nur übelst müde sind Guys, they have an economy, you know what this means right? There is actually no excuse guys Good retrate, good job That's how you win rounds, playing safe Bruder, ich geb hier umsonst Coaching sessions für die mates Sie weiß es, sie hat es aber trotzdem nicht gemacht, weil sie greedy war Hat es auch zugegeben, ey man gibt es nicht zu So meine Freunde, heute gibt es für euch mal wieder ein Gameplay mit Notizen, die ich euch wieder unten links einblende, was euch bisher ja auch immer extrem gut gefallen hat Wir haben dabei sogar auch mal wieder Astra ausgepackt und durften um 1 Uhr nachts dabei noch die Randoms coachen, da sie fundamentale Bestandteile der Spielstrategie einfach nicht verstanden hatten Jetzt geht es hier doch erstmal direkt los mit dem Gameplay Okay, wir haben eine Sage, okay, wir haben keine Raze, aber wir haben Sage, also ich würde prefer die A-Girl, right? Jett, if you want to dash in Lambs I can suck or stun them and smoke sight so we can place a wall How about that, guys? Let's go Oh, never mind Let's wait until when the poison ops drops Can you hear? Thanks We're gonna suck when the poison drops Now No, no, no What I say? Why the fuck? Slaps Was war das für ein Bug? Was war das denn für ein Bug? Ach, Rudi Nice try, buddy Und wie die Viper, ey Unlucky Was war das für ein Bug? Mhm Last player standing Behind you Nice Behind you I know Nice try Um, Jett, I'm gonna suck backside for you You dashing from Hookah on side You can kill them there I'm gonna smoke CT and elbow Yeah Let's go, I'm gonna backside I'm gonna suck now I'm a ship below Two Two, one more teleport One more TP Then let's go A probably, right? Yeah, maybe make some noise And then go A Someone is still teleporting One is teleported Probably two wouldn't be Yeah Blind I'm flashed There will only be one item Guys, go A Go A, I'm gonna stay here I'm gonna stay here You're spike I'm coming with you I'm coming with you Yeah It's just unlucky Oh man Raise this one HP I'd say just one HP shielding Now Ach, weil ich grad hoch gewollt wurde, man That's the shit Wait, we're still so long? Nice Nice Give me call outs, guys Er ist nah gestorben, hat nix gesagt Ich weiß nicht Schade 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 Schwierig Okay, guys, let's go Let's make some kills Play for picks, probably Let's go Viper's the only one who plays good Like, if we get Viper down or just playing around her We should probably win the rounds Jet, you can ult and you can drop Then we can full buy Why are you playing Judge? Whatever you want Just dash full in lamps Okay, I'm gonna ult side And completely disable lamps So we can get lamps control And then we're gonna get A side You ready? Go, go, go Push, 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 now Halt sich an, Lucky, dass er genau da oben steht I'm gonna get Spike I'm gonna get Spike Sehr, sehr gerne lamps control Würde ich einnehmen Can we revive? And wall? Okay, okay Bruder, ist super Da ist noch einer closed Wollen wir close lamps Wollen wir close lamps? Heaven, stop We pick here Cover me Run B! Run B! Run B! Run B! Come, 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 come Operator CT Down Okay Okay, let's fall back now Fall back, fall back Come fit Come here Last one is CT So play on contact, okay? Stay hidden It's okay Nice Nice one guys 1, 5 Ja, stimmt Sneak up Don't peek, don't peek long Oh, good job Go, go Just go in, just go in guys Go side Ich hab long I didn't hear long You have to be careful Okay, your elbow I think Side, side Nice Schön Long, long One is long, one is long Was, was, was? Hinter dir, hinter dir, hinter dir Kommt der Long Good job down Nice one, good round guys Let's go We found our way Schön Astra is mega nice Agent Ich liebe den auch über alles Boah, ja, ich bin Astra Kann so gut So geile Kombos haben Mhm Aber sie ist schwierig zu spielen Okay, go, 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 go side Komm mit, komm mit, komm mit Hey, ich wusste es Weg mit dir, du noob Scheiß Boosting Service, ey Gegner gelesen wie ein Buch, alter Don't peek, don't peek I got They both see them Go long, go long, guys Go long, go long I got everything for the spike We need We're doing this so good, guys Let's go Okay, okay Okay, okay Let's go Let's go I'm blind What the fuck, you saw me on the backside What the fuck, you saw me on the backside What the fuck, you saw me on the backside? Okay, okay, okay Exile Exile down Jamba low hit And one on top Short on top I gonna have smoke soon Wait for me, wait for me What, what, what I wanna stop Stay slow, stay slow I got, I got smoke, you got the fuse, okay I think there's still one Oh fuck Rainer labs It's full healed It's full healed Ach, die steht da drinnen, okay Nice try Hey B, mach schier Can you suck, suck, suck Ich hab kein suck, hab kein suck Leider Ach, nee Ja Okay, let's wait until they Use the utility team Let's go all there, all elbow, elbow Ehhh, chamber minus 120 Go elbow guys, come on Bruder, macht doch mal ein bisschen, bewegt doch mal eure Füße man, so schwer ist das nicht One enemy remaining Defuse, defuse, defuse Defuse Nice Geil Ich sag dreimal geht elbow, die hüpfen da alle rum und buddy blocken mich, ich hole zum Glück noch zwei Kills an der Stelle ab Sos wär doch schon wieder die verlorene Bonus gewesen, ey, Bruder, mach mich fertig Oh mein Got Spike I'll fight down A I'll fight down A Warte aber, thank I just have a tower service 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 Das wegen spielt der Phantom, ihr Lieben Das wegen Und nur das wegen Just wait for me One enemy remaining Locked up I just have a chance Play on my contact stage Just hide, 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 hide It's fine, hide, I'm gonna pick on your contact Hide Bruder, versteht die, was ich sage, on CONTACT spielen Hey, wirklich Fade, kann ich dir eine Frage stellen? Ah, nein, sorry, Sage Ja? You know what on CONTACT means? Ja, aber... I got greedy Ich meine, du wirst nicht gewinnen, oder du wirst nicht mit Kills gewinnen Du musst die Games gewinnen, und es ist nicht all die Kills Ich kann es nicht verstehen, ob du grätschig werden kannst, aber nur in mind, wir sind nicht gewinnen Ja, Phantom, so stark diese Waffe! Ich liebe es! Und... Oh mein Gott! Aber Kills, aber Mates machen wieder so ein bisschen Faxen Was heißt denn eigentlich Out of the Charges? Ich will eine Sterne mehr Oh nein Darf nicht passieren Ach, links steht sie, ist unlucky Seventy on Viper Ach Bruder, die haben doch schon wieder eine Eco Ich weiß nicht, Leute Wie viele Leute sind hier, wenn wir die Management haben Wir haben nicht geflogen, wir sind sicher Ja, ich wusste nicht Ich wusste gar nicht Es gibt keine Entschuldigung Es gibt einfach keine Entschuldigung, wenn du sie sehen, sie haben Es gibt eigentlich keine Entschuldigung, Leute Wir haben nicht geflogen, Leute Du hast es nicht geflogen Bro Ich wusste nicht, er war im Backset Und er hat die beiden Es ist egal Es ist egal Wenn du Tab presst und sie sehen, sie haben eine hohe Ökonomie Sie sind einfach sicher Weil in der Fall, wenn sie geflogen werden, wir verlieren ein Eco Und das wird unsere Ökonomie noch mehr Ach Bruder! Ach, ich muss jetzt was Riskyes machen, sonst wird das hier nichts 117 Auf Viper Okay, haben wir wieder ein guter Trade Ach, Viper wird geheilt von Sage Schön Die setzt es down They can't revive Play safe Like, it's only two people We have revive We have three Ultimates Side, side Good Retrade Good job That's how you win rounds Playing safe On retake Wait for them to push Bruder, ich muss dir, ich geb dir umsonst Coaching Sessions für die Mates Kannst du nicht ausmalen, ey Ja, on side, ey On top, on A, Short Nice Good job Nice, richtig, richtig Spike is down I need a heal Sage, need a heal Can you pick me? Nice Sorry, sorry, sorry Also das Ding ist, die haben einen sehr starken Argo Aber ich hab einen sehr starken Konter mit Astra an der Stelle Ich vermute mal, die kommen jetzt B, ne? Mach dich ready für den sickesten Spraydown von Elbow Stell dich am besten Elbow oder so Damit du, wenn die Hookah droppen, einfach nur reinsprayen kannst mit der Phantom Ja, ja Spike is long, right? Saki, Saki Ja, kommt, Saki kommt Nice Info Spike is long One side, one side Okay, he is out long Don't peek, don't peek, don't peek, don't Sorry, sorry Like crossfires, crossfires, right? Like the spike is down And when he pushed Saki And somebody peeks him on contact, the other one can peek as well Ich weiß nicht, ob die das verstehen, das Konzept, oder ob die einfach nur übelst müde sind so, aber Ich weiß nicht, so schwer ist das Konzept nicht Aber es ist im Übrigen auch genau das, was ich gesagt hatte, ne? Im Attack werden die als, ähm, wenn die übelst Probleme haben, weil Viper Controller ist So, jetzt lass uns diese scheiß Wunder gewinnen Guys, they have an Economy You know what this means, right? So play safe, play on contact, don't push Yes, yes And let's win this game, come on Use your wall for short, maybe Spike down, Spike down Oh, good job Sage Sorry, I did it, I did it, sorry I got Spike, I got Spike Where's Spike long? Ah, noch einer Hooker Oh, my bad, my bad, I didn't know, it was one more Okay, no problem I believe, Fader's old And last one is on Hooker somewhere Come, bitte, bitte, bitte Bitte Bitte, lieber Chad, bitte Ich will mit 21.15 nicht schon wieder in die Overtime gehen Danke schön GG Hey, wenn ihr Coaching Sessions um 11 Uhr nachts braucht, Leute, geht einfach auf Ascendant Niveau in die Solo-Duo-Queue Also, meine Fresse, ey Die Viper hat wirklich sehr gut gespielt, aber du brauchst, wenn du Viper auf beiden spielst, einen zweiten Controller, sonst hast du genau das Problem Ja, meine Lieben, damit konnten wir das Spiel also gewinnen und den Immortal-Uprank haben wir auch wieder erreicht Der Marc darf damit also auch gerne wieder heute Abend im Livestream vorbeischauen, der Link ist in der Videobeschreibung Haut rein Dann